So Freunde, willkommen zu einem weiteren Part von Nier & Cat Lost in Space. Ich weiß, die Musik war ziemlich laut im letzten Part. Jetzt habe ich sie hier etwas leiser gemacht. Aber jetzt müsste es eigentlich, denke ich mal, passen, meine Freunde. Und ja, wir machen weiter mit dem Classic-Modus, meine Freunde. Change World, das müsste so passen. Warte mal, okay, das kann ich immer noch machen. Alles klar, Classic. Wir werden jetzt erstmal kurz... Was heißt hier kurz? Wir werden auf jeden Fall weitermachen mit Classic. Mit dem Pirates-Theme. Let's go. Und ich hoffe, dass wir jetzt genug Geld sammeln. Wir haben unsere Nieren-Kette ein bisschen, würde ich mal sagen, aufgetunt, meine Freunde. Das sieht so scheiße aus. Leute, ich habe das extra gemalt so. Also ihr seht, wahre Kunst. Abstrakte Kunst, Jungs. So soll es sein. Einfach nur mega wundervoll. Also ich werde auf jeden Fall Künstler. Das ist schon mal Fakt. Mit so einem Talent wird man doch sowieso irgendwo... ...als Künstler aufgenommen. So, möchte ich haben. Okay. So schön, komm. Nein! Das war dumm! Kann ich ja nicht gleich nochmal retryen. Ganz ehrlich, das war einfach nur dumm. Ganz ehrlich, das war dumm. Ice-Cream-Lull! So, meine Freunde. Wir smoking etwas weed. Und ich hoffe, das ist, glaube ich, ein Beat. Es müsste eigentlich viel besser sein von allgemein, von der Lautstärke, von der Musik her. Ich habe ja meinen Part angeschaut und ich sehe ja schon... Es ist jetzt nicht ganz so schlimm, also man kann es auf jeden Fall anschauen. Aber es ist schon etwas nervig, etwas. Also so ist es am besten, finde ich. Also die Musik muss immer leiser sein als ich. So, meine Damen und Herren. Komm her. Ich möchte diese Dynamit-Spur verlegen. So, hier erstmal ein paar Münzen sammeln. Energy! Das ist mal schön Monster-Energy trinken! What the fuck! Viel zu viele Dynamit-Spuren. Kein Bock drauf! Wow! Nein! Okay, naja. Wir haben immer noch Münzen. Wir haben unser Geld hier. Nein! Nein! Oh, ich wollte es doch gar nicht! Ich bin doch nicht mehr hingegangen! Okay. Neon Hungry. Ja, das glaube ich ihm. Dass der Hungry ist. Was ist jetzt schon wieder passiert? Was habe ich jetzt falsch gemacht? Wow! Darf ich mit dem Superman-Outfit gar nicht auf dem Boden landen? So gesehen. Fuck, 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 fuck. Sieht nicht gut aus. Fuck, das sieht gar nicht gut aus. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Na ja, komm, geh hoch. So, hier. Solange wir hier bei den Münzen sind. Oh, goldener Magnet! Geil! Das ist auch das ganze Geld ab. What the fuck? Nein! Nein! Wie mies! Aber weißt du, was ich mache? Ich kaufe... Ne, ne, ne. Ich kaufe mir jetzt etwas von den Belohnungen. Und zwar Unlocks Green Coins. Unlocks Blue Coins. Oh, das... Das kommen immer neue Upgrades dazu. Aber was mich jetzt am meisten interessiert, ist eigentlich nur die ganzen Themes, dass ich da auf diesen neuen Maps spielen kann. So großartig interessieren mich die anderen Sachen jetzt nicht. Ähm, weiter geht's mit Unlover Nien Team. Und wie ihr seht, können wir jetzt hier nichts weiter... Wobei, Neutron Theme. X-Max Theme. Aber ich möchte das... Einheitlich machen. Das heißt... Auf diesem Map spielen wir jetzt erstmal. Let's go. Ähm... You want some permanent upgrades? Ach so. Das ist jetzt nur für diese Runde. Okay, dann naja. Dann habe ich mir jetzt das Upgrade gekauft. Ich hoffe jetzt... Es gibt mehr Münzen. Das wäre gut. Und dann könnte ich mir auf jeden Fall... Meine fünf Münzen wieder dazu verdienen. Aber es gibt ja jetzt erstmal grüne Münzen. Die sind ja zwei Münzen wert. So gesehen. So, ich habe bis jetzt noch... Eigentlich immer noch einen Verlust. Ich will diesen Verlust umgehen. Jawohl. Gut, jetzt habe ich Gewinn eigentlich. Aber... Was heißt hier Gewinn? Ich habe etwas Zeit dafür auch investiert. Deswegen muss ich hier natürlich auch viel mehr Münzen sammeln. Dass es sich auch gelohnt hat. So, erstmal gamen. What the fuck? Was ist das jetzt schon wieder? Nein, ich will das gar nicht. Smoke weed every day. Ja, so kann ich auf jeden Fall leben. So kann ich leben, Jungs. So. Äh, eine Rakete. Rote Rakete, ne? Bitch. Wow. Okay. Aufpassen. Sorry. Ähm. Was bringt die Kuh? Ich will smoke weed every day. Ich habe jetzt 13 Münzen. Das heißt, ich habe 8 Münzen Gewinn gemacht. Guck mal, was heißt hier Gewinn? Nein! Ach, scheiße. Na ja, gut. Was? Das... Bleibt das jetzt für immer? Naja, ich muss jetzt erstmal hier weiterspinnen auf dieser Map. Oh, bis ich halt das neue... Bis ich das neue Theme freischalte. So ist das halt. Kann ich jetzt auch nichts großartig machen. Hä? Alter, nein. Wieso blinken diese Zeugs da? Ähm. Das ist neu. Die Herzen sind neu, Freunde. Die sind ja mega cool. Oh, ich will die Blume haben. Flower Fever. Was bringt mir das schon? Aha. Ich lege Blumen irgendwie auf den Boden. Was das immer bringen soll. Ich check's nicht. Ja, Rakete. Sehr schön, sehr schön. Gibt es hier irgendwann mal einen Dope? So, aufpassen. Der ist ja auch weg gleich. Äh. Sonst so gibt es hier nichts problematisches. Okay. Ich glaube, wir haben jetzt, glaube ich, genug Geld für ein neues Theme. Also für einen neuen Level so gesehen. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Ach, shit. Naja, Jungs. Hoffen wir mal, dass wir genug Geld haben. Und ja, gerade noch so. Gut. Kaufen wir dann. Super Nia Neo Theme. Schöne Anspielung an Mario. Und da gibt's noch South Park Theme. Ganz geil. So, naja. Dann let's go mit Mario. Da hätte ich sogar Bock, mal ein paar mehr Folgen zu spielen. Play without Boost Items. Ja, genau. Okay, wir spielen jetzt in der Welt von Nia Neo. Was ist das? Was war so dieses Package? Was war dieses eine Package? Oh mein Gott, das war knapp. Das hätte auch schief gehen können. So, ich muss jetzt ungefähr um die... Um die 40 Münzen bekommen. Energy. Ja, was soll ich denn da machen? Gut, ich muss wieder... Ich zock da wieder drauf. Wir müssen ja wieder fürs nächste Theme sparen. Für das geile nächste Theme, meine Freunde. Oh, da ist der Kater. Da ist der Kater. Da ist der Kater in der Box. Was soll denn das Scheiß? Oh, ich möchte Eisweiße händen. Oh, Energy. Nein, ich wollte die grüne... Oh, ich wollte die grüne Münze haben. Oh, ich hätte gerne echt die grüne Münze gehabt. Okay. Ich würde die Münze hier haben. Komm. Komm. Let's go. Okay. Also, ganz chilliges Spiel, Jungs. Smoke weed every day. Nein, weg mit dir. Weg mit dir. Komm, gib her. Wir haben jetzt elf Münzen. Das bedeutet, wir haben nicht genug zum Freischalten des nächsten Levels. Naja. Aber das Spiel macht echt ziemlich süchtig. Das ist echt cool. Ich mag dieses Spiel. Das ist echt mega nice, Jungs. Vor allem für zwei Euro. Da kauft ihr halt anstatt einen Döner dieses Spiel hier und habt dann auf jeden Fall eine Langzeitspaß. Ein Langzeitspaß auf jeden Fall. Oh, ich würde den Pokal hier gerne haben. Gold Nian, was bringt mir das? Ich bin schwerer, glaube ich. Ich kann... Kann ich deswegen nicht so hoch hüpfen? Bin mir grad nicht sicher. Oder ist das Gold Nian, weil ich auf goldenen Mauern laufe? Nein! 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 So ein Scheiß! Viel Geld habe ich 24. Ach, ich muss weiterspielen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Gib mal her, gib mal her. Was möchte ich haben? Ach, shit. Oh. Wie kommt man hier an diesem Spiel eigentlich ziemlich leicht an ihren Münzen ran? Ich glaube, wenn wir die Mission schaffen, oder? Oder wenn wir neue Modi spielen? Bin ich mir grad nicht sicher. Wir werden auf jeden Fall im nächsten Part dann wirklich den nächsten Modus dann spielen. Weil es macht ja jetzt keinen Sinn, immer wieder Münzen frei zu spielen. Nur um die nächste Map zu sehen, zu sehen. Dann mache ich es halt einfach so, wenn ich genug Münzen habe, dann seht ihr halt im klassischen Modus halt eine neue Map. Im nächsten Part. Also wir sparen dann einfach mal auf und machen dann die nächsten klassischen Maps. Aber ich zeige euch auf jeden Fall schon mal dann die anderen Modis. Ich denke mal, zweimal denselben Modi zu sehen ist jetzt eigentlich so ganz geil. Auch wenn es neue Maps sind. Also andere Maps sind immer. Dö, dö, dö. So, okay. Grüne Münze. Jawohl. Zwei Münzen. Das ist zwei Münzen wert. Dö, 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 dö. Nein. Ich will doch diesen UFO gar nicht berühren. Ich will es gar nicht berühren. So, weg mit dir, Dynamit. Nein, das war dumm. Das war dumm. Ja, was soll ich denn tun? Was soll ich denn da tun, bei deiner Meinung nach? Hey, du Bastard. Na gut, wir brauchen noch zehn Münzen dann. Wir haben alles eigentlich so gut wie geschafft, das nächste Theme freizuschalten. Ja, erst im nächsten Part geht es hier weiter. Also so richtig. Mit dem nächsten Modus. Also hier werden wir auf jeden Fall den neuen Modus nicht mehr machen. Ich werde auf jeden Fall das nächste Theme dann auf jeden Fall machen. Aber auf jeden Fall keinen neuen Modus. Diesen Part zumindest. So, okay. Drei Münzen bräuchte ich noch. Zwei, okay. Eine, kommt Jungs. Sehr schön. Okay, ich hab's auf jeden Fall geschafft. Wir sehen uns. Ne, wir sehen uns nicht. Ich meine... Och, was laber ich da? Was ist... Was ist das jetzt? Wie cool! Fünffach-Nein. Na, ach, das war dumm. Ach, komm. Scheiß drauf. So, ähm... Dann gehen wir jetzt in die nächste Map. F South Park! Sau geil. Let's go. Okay, Freunde. Gut, dann... Ab geht's hier, Jungs. Jawohl, South Park. Ich liebe South Park, Jungs. Aber das sind Nieren-Kids statt South Park-Figuren. Das ist cool. Ach, das ist... Aber der ist creepy. Der ist hier creepy, Jungs. Ähm... Shadow-Nein. Was ist das? Keine Ahnung. Es gibt auch immer hier wieder neue... Immer wieder neue Items, die man noch gar nicht kennt. Finde ich echt... Eigentlich ziemlich cool. Cool gemacht. Also... So wird das Spiel auch nicht langweilig, weil es immer was Neues dazukommt, so gesehen. Vor allem die Maps machen das halt auch... Das Ganze halt abwechslungsreich. Man spielt halt nicht immer auf derselben Map. Sieht halt immer wieder anders aus. Vor allem Nieren-Park steht da auch drauf. Das ist so cool. Sieht grafisch auf jeden Fall ziemlich geil aus. Muss man einfach so sagen. So, okay. Dönamid weg. Dönamid weg. Ich bin Dönamid wie Kerberfleisch. Nein. Chill. Nein! Naja, Rain Train. Komm, einmal spielen wir noch auf der South Park Map. Einfach, weil ich South Park mag. Und an sich... Warum nicht? Können wir noch eine Runde machen. Ja. Ich würde das... Minde Magneten haben. Ich habe so ein Ohrwurm. Musik ist halt mega nice. Okay. Die Blubberblase. Oh mein Gott. Die Drecksackbleiße. Du bist wieder da. Papa Schlumpf. Was für Papa Schlumpf, Jungs? Ach, wenn ich den goldenen Boden berühre, bekomme ich auch Punkte. Das ist ja cool. Wusste ich jetzt gar nicht. Deswegen war auch Goldnirren eigentlich ziemlich gut. So, was ist das? Aha. Das gibt irgendwie so ein Mal auf sich oder so. Wir haben jetzt einen Mal 89. 93. Was bringt mir das? Ach, das ist glaube ich nur für eine... Ah, nur für eine bestimmte Zeit. Verstehe. Da bekommt man halt mehr Punkte wahrscheinlich. Nein, das Ufer hätte mich fast getroffen. Okay, da habe ich nochmal Glück gehabt. Weg mit dir, wenn ich kuhwürchtig habe. Die kippt eine 30er-Kombo, oder? Das ist cool. Nein! Wieso springt der nicht? Na gut, Rain Train. Gut. Wir machen auf jeden Fall im nächsten Part hier weiter, meine Freunde. Bei Nieren-Cat, Lost in Space, meine Damen und Herren. Wir sind auf jeden Fall im nächsten Part. Hier wieder, meine Freunde. Tschüss!